Hallo Freunde, mein Name ist FAMILES und in diesem Video möchte ich mich mal herzlich bedanken für mittlerweile über 800 Abonnenten und über 50.000 Aufrufe. Dafür ein herzliches Dankeschön. Es ist einfach die Wahrheit, ohne euch würde ich weder irgendeine Reichweite haben, noch sonst irgendwas. Ja und einige Leute fragten mich immer wieder, FAMILES, warum zeigst du dich nicht vor der Kamera, was möchtest du beabsichtigen mit YouTube etc. Nun ja, die YouTube Videos bisher habe ich aus Leidenschaft gemacht, Leidenschaft, Passion, ja, aus einem Interesse. Und jetzt habe ich eine Kamera und jetzt habe ich auch endlich mal Abonnenten, die mir Fragen stellen. Und aus diesem Grund möchte ich gerne anfangen mit einer neuen Video-Serie namens FRAGFANGERIS. Und ich hoffe, dass sie euch gefallen wird. Ja, das war erstmal alles. Vielleicht lösche ich das Video auch später mal gucken. Ich wollte mich nur mal herzlich bedanken und mich mal persönlich zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank.